Wir machen jetzt ein mieses Feature, dieser Joint. Bist du auch noch mit auf den Shake rauf, Bro? Wir haben jetzt alle diese. Ja, wir können jetzt einen Escape Park. Wir sind jetzt in der Jake Lake. Der Kaffee ist zu heiß. Was geht da? Matter of fact, Navid, warum hast du uns so früh heute geweckt? Wir gehen gleich die ersten Szenen. 4 Uhr morgens ungefähr, die Hämter der Schirrger. Leicht müde, gleich geht's los. So, Cici hat mir seine Brille gegeben, komm. Oh yeah. Es kam kaum noch gerade aus, weil ich bin... Ich präferiere natürlich höhere, aber der ATM gibt nur bis 200. Wie lange? Boah, krank. Ich brauche viel von den ersten Bussen. Ja, wir holen jetzt Tickets. Wir fahren shoppen. Hey, guys. Fuck! Hey, schönen guten Abend. Heute Abend geht's weiter in Brooklyn mit unserem kleinen Film hier. Wir filmen heute wahrscheinlich da oben. Was war das hier los mit dem Mond, der Blut ist? Steini, hier kannst du einfach so ein Mixing mit Cloud Makotec abfilmen. Und dann liegt das halt ein bisschen am Rand, so weißt du? Was im Video landet, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber im Vlog, ey. Was schmeckt deiner Meinung nach am ungesündesten? Am ungesündesten. Ich würde tatsächlich das machen. Zum letzten Abendessen gebe ich Bolo von den Bolo-Boys. Sieht auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Extra, ja, ja. Dein Bolo auch. Ich will die 10, 20, 50´s, Hanis. Ich will die 10, 20, 50´s, Hanis. Ich will die 10, 20´s, 50´s, Hanis. Ich will die 10, 20, 50´s, Hanis. Ich will die 10, 20´s, 50´s, Hanis. Ich will die 10, 20´s, 50´s, Hanis. Jäger! Hat noch mal ein Video? Ich kann es haben, es nicht so ein Video. Papierkirkt. Ich bin hier. Ich bin der Souschef. Willkommen. In New York ist das Video noch geschnitten. Männer sind müde. Echt? Weiß der Mann, was er macht? Ich hab die Zutaten kauft gesehen von ihm. Und ich muss sagen, der Mann weiß, was er macht. Er hat sehr, sehr gute Zutaten geholt. Sehr frische vor allen Dingen. Darauf wurde auch geachtet. Von daher gibt's für den Zutatenkauf von mir, für Yoshimixu, eine 10 von 10. Ah, sieht schon mal unfassbar krass aus, oder? Alles da, alles da, was man braucht. Vom Geruch her, das ist ein richtiger Hammer. Von der Konsistenz her würde ich sagen, stable. Ja, krass. Das ist Wahnsinn. 10 von 10. Wir sind noch im Soho-Haus. Ich hab schon eine Flasche Champagner bestellt. Was? Champagner? Nachher geht's nach Wien und von Wien geht's nach Berlin. Oh, damn. Jaaaa! Sprech die Kamera zu mir. Keine macht den Drogen, Freunde. Lebt so wie ich, Onkel Navid. Folgt meinen Channel, YouTube, abonniert mich. Ja, ich hab auf jeden Fall fast die Träne vergotten. Nicht so, aber ich hab schon so... Ja. War schon noch schön, Alter, die Skyline grad nochmal zu sehen. We have to go home. Ja. Abschließend. Ja. Trink dir auf Wien.